Jo, hallo Leute, hier ist aber euer Gravelpid LP. Herzlich willkommen zurück zum Zelda Adventure hier in der guten Eistempel-Vorrichtung, Einrichtung wohl eher gesagt. Im letzten Part haben wir hier ein bisschen was freigeschaltet und das ist mir gar nicht sympathisch, wenn ich ehrlich bin. Also ich erinnere mich auch noch so halb gerade an das Szenario hier. Und muss sagen, dass ich da nicht so stolz drauf bin. Äh, es gab hier irgendwas, irgendwas, was fies war. Die Frage ist nur, was war das? Geh weg, geh weg, Alter, geh weg. Fledermaus, nein, bitte nicht, Fledermaus, komm, geh weg, geh weg. Ja, hu, hu. Werd er weg? Ich hoffe für immer, gib das her, danke. Okay, was haben wir hier drin? Ah, da haben wir das, aber wofür war denn jetzt, hm. Wofür war denn jetzt diese, ihr habt den Schalter ja auch gehört, ne. Dieses Ding, Ding, Ding. Wofür war das denn jetzt? Irgendwofür musste das, also, ne, hier, man muss da irgendwie hoch und ich meine, dass, je nachdem, was man irgendein, Moment, man muss, man muss da was schmelzen? War das so? Ich weiß das nicht mehr. Oh nein. Ich habe es echt vergessen, Leute. Ah, da oben, da oben, da oben. Ne, doch nicht da oben. Hä, doch, da oben. Ah, da oben, ah, ich wusste da oben, ich wusste. Und hier? Ah, ich wusste es. Alles klar, okay, weiter geht's. So, zack, oh. Zack, oh. Alles klar, locker geschafft. Da war ja nix. Hör mal. Oh, fuck, fuck. Ah, okay, da haben wir beide getroffen. Mein Gott, das geht wirklich viel besser von der Hand. Wenn ihr das mal mit alten Parts vergleichen solltet. Ey, da habe ich mich aber verbessert. Ah, jetzt sind wir hier. Zack, zack, dadam. Und was passiert? Und es ist was aufgegangen. Ich habe natürlich wieder ein Foto gemacht. Ja, Leute. Fotos müssen sein. Die darf man nicht vergessen. Ich muss aber sagen, dass ich Eiswelten eigentlich recht interessant sogar finde. Also erinnert euch an Ocarina of Time. Da gab es ja keinen wirklichen Eistempel. Da gab es ja nur den Wassertempel. Aber es gab dieses kleine Eisstück bei dem Zora... Hier war das. Bei den Zora-Flüssen, da gab es ja dieses kleine Eisstück, in dem man die Metallstiefel errungen hat. Und das, muss ich sagen, fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, man müsste auch treffen. Ja. Und das habe ich früher auch nie geschafft. Und deswegen habe ich immer kläglich versagt. Naja, wollen wir mal hoffen, dass ich jetzt nicht so kläglich versage. Denn da ist der Endboss, Leute. Ne, auf jeden Fall fand ich das immer mega geil mit diesen Wölfen. Und dann kommt Schiek vorbei. Und singt da so ein bisschen mit dem... Was ist das eigentlich? So eine Art Hafe. So ein kleines Ding in da. Ach, keine Ahnung, wie man das nennt. So, okay. Endboss-Time. Ich habe ihn nie geschafft. Weiter als hier. Zu diesem Punkt bin ich nie gekommen. Ich habe den Endboss noch nie geschafft, Leute. Ich weiß auch nicht, wie es danach weitergeht. Aber ich würde sagen, in diesem Part nehmen wir uns den Endboss mal vor. Und... Ja. Endboss, bist du da? Ich bin extra gekommen, um dich zu retten. So. Zack. Da haben wir schon mal zwei. Haha. Nummer drei. Und Nummer vier. Perfekt. Mit vier eisernen... Eisernen... Oh. Naja, ähm... Also schlecht war das gerade echt nicht. Aber... Ein paar Herzen wären auch nicht... Äh... Auch nicht von schlechten Eltern. Ja. Hä? Ja, da habe ich keine Chance. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Need Herz? Boah, ich need Herzen. Need Herzen? Hallo? Ja, Moldrim, Alter. Äh... Ja. Gib nur das Herz, du Assi. So, nice. Okay, wir müssen ihn also am Hinterteil erwischen. Yeah. Und jedes Mal ein Herz. Komm schon. Wo ist das Herz? Gibt keins. Affe. Okay. Komm her. Ich will dich killen. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Yeah. 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 Oh, oh, oh. Ich... Ich habe es geschafft. Das glaube ich, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Ich habe es geschafft. Ich glaube es ja nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ich kann das gar nicht glauben. Ich hatte es noch nie geschafft. Ich... Ich habe immer verloren. Ich habe es noch nie geschafft. Ich habe es geschafft. Oh yeah. Ich habe es geschafft. Yeah. Okay. Und jetzt? Jetzt habe ich es geschafft, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hier gab es jetzt ein Herzteil, aber hier gab es kein... Nichts anderes. Nichts. Gar nichts gab es hier. Nichts. Nur nicht mal eine Bananenschale bekommen, so... Ne? Als... Als irgendwie... Oh, oh, oh. Da... Ah, es gibt noch etwas. Oh, es gibt noch etwas. Da habe ich zu spät ein Screenshot gemacht. Die Musik ist aber auch geil, oder? Meint er nicht, Leute. Die Musik, die hat es schon in sich, Mann. Die passt richtig gut zu dem Tempel hier. Okay, Leute. Was ist in der Truhe? Boah, ich habe keine Ahnung. Ich war da ja noch nie. Woher soll ich das wissen? Und? 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 What the fuck? Eisrods. Was ist das denn? Oh, mein Gott. Return to the Hyrule Plane. Was? Ist das ein Eisdingen? Oh, mein Gott. The Eisrods can freeze warrior enemies. Oh, mein Gott. Wie geil ist das denn, bitte? Wir können... Oh, mein Gott. Wir können nun endlich über Wasser gehen. Oh, 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 oh. Wir werden heilig. Yeah. Wie geil ist das denn, bitte? Okay, jetzt bin ich selber gespannt, wie und wo es weitergeht, weil ich habe keine Ahnung. Aber ich soll zurück zum Hyrule Field Plane. Da soll ich hin zurückgehen. Und ich würde sagen, Leute, das machen wir doch auch gleich mal. Da gehen wir doch auf jeden Fall direkt mal hin. Und gucken uns mal an, was da Schönes auf uns wartet. Wie geil, ey. Hier ist so ein Eisstab. Ich kann jetzt alle vereisen. Warte ab, Wolf. Komm her. Ich werde dir zeigen, wo deine Mutter wohnt. Guck da. Ha, 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 ha. Ich habe den Wolf vereist. Ja, okay. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht so toll, aber ich finde das irgendwie... Ich freue mich. Ich habe sowas noch nicht gehabt, so einen Vereisungsstab. So, aber wo ist denn das Hyrule Field jetzt? Das weiß ich nämlich wieder nicht. Kommen wir jetzt wieder der Unwissende durch, der mein Orientierungssinn, der so unfassbar... Ah, Wolf, hallo. Mein unfassbar guter Orientierungssinn. Habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass ich letztes Mal in der Stadt... Oder habe ich ja erzählt... Ach, keine Ahnung. Ich glaube schon, dass ich erzählt habe, dass ich in der Stadt war und mich, ja, verlaufen habe. Beziehungsweise, was heißt verlaufen? Ich bin im Block um Block gegangen, obwohl ich gar nicht um Block gehen wollte. Bin aber trotzdem irgendwie um Block gegangen, war der Meinung, ich würde ganz woanders auskommen. Aber, na gut, als ich dann wieder auf der Straße stand, an der ich eben losgegangen bin. Aber halt eine Straße weiter, wegen Block gehen und so. Habe ich mir auch nur so gedacht, ja, Gravel Pit, ne. Das ist halt, das kommt davon, wenn man Orientierung überhaupt nicht drauf hat. So, jetzt sind wir auf dem Hyrule Files hier. Was soll ich jetzt hier? Hä? Was soll ich hier? Aber ich soll ja auch zum Plain oder Palen oder... Wo soll ich überhaupt hin? Ah, hier soll ich hin, oder? Ne, da soll ich nicht hin. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt das... Wuuuuh! So geil! Oh mein Gott! Das ist ja mal geil! Komm ich jetzt hier weiter? Ne, da komm ich bestimmt nicht weiter, ne? Dö, 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 dö... Doch klar! Hier komm ich jetzt weiter! Oh yeah! Hoi, Anche! Ah! Ah, wie gut ist das denn? Ich komm weiter! Oh mein Gott! Ich kann übers Wasser gehen! Ich bin ja so heilig! Ich kann übers Wasser gehen! Guckt mal, Leute! Wie übel! Das hier ist jetzt wahrscheinlich eine Art Nachstellung von den Zora-Fluss-Dingern. Oh meine Güte! Ha! Gary! Was hast du da nur schon wieder gemacht? Welch Teufelswerk hast du vollbracht? Aber wie komm ich jetzt weiter? Das ist nicht so gut jetzt hier gerade. Ah doch! So! Muss man genau gucken. Es ist nicht ganz so einfach hier sich zurechtzufinden. Aber egal! Ich bin ne TT! Ich kann dat! Ha! Geil! Okay! So! Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, Leute! Wir sehen uns im nächsten Part! Moment! Da geht's ja auch noch hoch! Aber wohl nicht! Da muss ich nicht hin! Ja! Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder! Ich bin sehr gespannt, wo es hier weitergeht! Und da sehe ich auch schon eine Wand, die weggebombt werden muss! Und was für ein Pfeil! Und ja, bis zum nächsten Mal! Euer Gravelp! Tschüss! Tschüss!